Hier der erste Tipp. Lade dir im Internet einen kostenlosen Saisonkalender runter, drucke ihn aus, nimm ihn zum Einkauf mit oder mach mit deinem Smartphone ein Foto, damit du im Supermarkt dann gezielt nach Saison-Obs und Gemüse jagen kannst. Denn in der Regel sind die deutlich günstiger, weil größere Mengen zur Verfügung stehen. Und hier gilt das marktwirtschaftliche Gesetz. Höhere Menge, niedriger Preis. Klar, das muss weg, bevor es selbstständig aus dem Regal krabbelt.